Das Allerwichtigste ist, dass du einfach du bleibst. Ich habe mir schon immer kleine Zwischenziele gesetzt und konnte die dann erreichen. Und das hat mir gezeigt, dass man einfach weitermachen sollte, denn es lohnt sich wirklich. Eine gute Vorbereitung macht immer Sinn, aber ein bisschen improvisieren können macht auch Spaß. Und teilweise ergeben sich dadurch auch echt tolle neue Sachen. Also ich war ganz klar extrovertiert. Ganz wichtig ist, dass man sich nicht zu lange damit auffällt und probiert, es vielleicht nächstes Mal besser zu machen, damit man sich selber überzeugt und weiß, ey, ich kann das. Also ich bin ganz klar in der Nacht am Kreativsten. Also ich würde ganz klar sagen, hey Mike, mach weiter, was du da machst, das machst du total gut und ansonsten genieß deine Zeit einfach. Sei du, trau dich du zu sein, denn dann klappt das. Was ist, dieafter Frage. Und ich möchte mich sehr informern.